Willkommen beim Was kann ich lernen von Podcast. Ein Podcast, der sich schamlos Kunstfiguren widmet und sich zur eigenen Entwicklung benutzt. Ich bin Sophie, Anarchistin und Leseratte und ich freue mich, dass du mir zuhörst. Let's go! In der ersten Episode widmen wir uns dem Werter. Dem Werter aus dem Briefroman von Johann Wolfgang von Goethe, Die Leiden des jungen Werter. Der Roman ist 1774 erschienen, damals noch mit Genitiv-S am Titel, also Die Leiden des jungen Werters. Aber Goethe hat das schon in der zweiten Auflage verändert, ohne es. Es ist ein Briefroman, wie eben schon erwähnt und der war ein riesiger Erfolg in Europa. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Vielleicht vergleichbar mit dem Harry-Potter-Phänomen vor 20 Jahren. So ist dieser Roman eingeschlagen wie eine Bombe. Er war vor allem beliebt bei jungen Leuten. Kann man sich vorstellen, vielleicht so wie der Roman auch geschrieben ist. Manche mögen es kitschig nennen, manche mögen es sehr emotional und gefühlvoll. Durch den Briefroman war man natürlich auch sehr dicht dran an der Hauptperson, dem Werter. Und ja, ganz viele junge Leute haben diesen Roman gelesen. Er hat sogar die Mode inspiriert. Also ich glaube, es ist in dem Roman Stolz und Vorurteil von Jane Austen, wo der Herr Bingley als besonders fesch oder modern bezeichnet wurde, weil er die Wertermode getragen hat. Jetzt bitte mich nicht drauf festlegen. Ich glaube, es ist gelbe Hose, blauer Frack, kann aber auch in anderer Konstellation sein. Ich bin mir bei den Farben sicher, weiß aber nicht mehr ganz genau, wie die Konstellation war. Aber auf jeden Fall, man galt als modern und schick, wenn man halt so wie Werter aussah. Oder man hat sich denn sozusagen in diese Rolle gesehen des leidenden jungen Mannes, der gefühlvoll war. Und also wie gesagt, totaler Erfolg dieser Roman wurde natürlich auch kontrovers behandelt. Ist ja meistens, dass das einem Buch sehr gut tut oder einem Film oder was weiß ich was, wenn darüber auch geredet wird. Hier waren es vor allem geistliche Autoritäten, wahrscheinlich auch andere Autoritäten, anderer Schreiber auch. Also andere Autoren. Jetzt ist mir das Wort nicht für Autor eingefallen. Verrückt. Naja, also auf jeden Fall, da gab es natürlich auch sehr viel Kritik in der Richtung, besonders weil es um Suizid geht. Und man meinte, dass Suizid dort positiv dargestellt wird. Suizid galt damals ja auch als Sünde oder geht ja auch immer noch als Sünde, aber war auch strafbar. Ich frage mich, wer da strafbar denn ist, aber war halt auch wirklich eine tiefste Sünde. Die Leute wurden nicht auf dem Friedhof beerdigt, bekamen nicht die letzte Absolution im Glauben. Na gut, Absolution geht ja sowieso nicht mehr, weil sie tot sind, aber es wurde halt wirklich von der Kirche her gesagt, die kommen nicht ins Paradies. Die sind böse, die werden irgendwo anders beerdigt. Also es war wirklich nicht so, wie man vielleicht heute den Suizid bewerten würde, dass das halt ein Opfer ist und dass man sagt, okay, der Arme, der sich jetzt selbst umgebracht hat, sondern da war schon ein bisschen die Beziehung zu anders. Dementsprechend war natürlich auch die Bewertung dieses Romans anders und ich glaube, es war Lessing, der sogar auch geschrieben hatte, dass der Roman ja ganz gut sei und man aber doch bitte der Herr Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, doch bitte danach noch ein Kapitel dazuschreiben sollte und sich da nochmal wirklich kritisch zu distanzieren von diesem Thema, dass das halt wirklich nicht positiv zu bewerten sei, in keinster Form und Weise. Dazu jetzt mal einen kleinen Einschub. Es gibt dieses Gerücht, dass oder eigentlich seitdem der Roman erschienen ist, gab es das Gerücht, dass es nach Arm Suizide gab. Können wir uns vielleicht noch ein bisschen vorstellen. Es gab ja auch nach Arm Suizide nach Kurt Cobains Tod oder Freitod. So gab es das wohl angeblich auch, wobei man sagen muss, dass diese Gerüchte bis jetzt nicht bestätigt wirklich sind. Was es aber gab, das muss man jetzt wirklich sagen, das hat Goethe auch selber betroffen. Er hatte eine 17-jährige Bekannte, wo er in Weimar war und dieses junge Mädchen, ich glaube, Christiane hieß sie, müsste ich nochmal gucken, Christiane von, die ist ins Wasser gegangen und man hat halt in ihren Sachen, als sie dann gestorben ist, tot war, hat man in ihren Sachen auch den Werther gefunden. Und das hat Goethe selber betroffen. Das war, glaube ich, vier Jahre, nachdem er den Goethe rausgebracht hatte. Und das hat ihn wirklich betroffen, muss man sagen. Er hatte sich sonst immer von allen Kritiken distanziert und gesagt, naja, was soll's. Also nicht was soll's, aber es ist ein Roman. Ich kann ja nichts dafür, wenn andere sich jetzt davon irgendwie inspirieren lassen. Ich glaube, da hat er auch mal was relativ Zynisches gesagt. So, der Motto, naja, die, die da jetzt gestorben sind, was soll's, die waren halt so doof. Also jetzt nicht ganz so, ich vertreibe jetzt ein bisschen, aber er hat das so ein bisschen mal verlauten lassen. Dieses junge Mädchen hat ihn betroffen. Und ich glaube, er hatte dann auch später in der zweiten oder dritten Auflage dann auch vor, als Vorwort ist zu viel, aber er hatte dann davor diesen Satz geschrieben, sei ein Mann und folge mir nicht nach. Also ich glaube, das zeigt ja schon, dass er ein bisschen sich davon beeinflussen lassen hat von der Kritik und von dem auch, was passiert ist in seinem Umfeld. Wie gesagt, ich will jetzt zum Inhalt gar nicht so viel sagen. Es geht hier nicht um den Inhalt. Es geht hier auch nicht um irgendeine Analyse, Interpretation oder Sonstiges. Es ist rein zur Unterhaltung und rein, was ich mir vielleicht sage, was man aus dem Wörter lernen kann. Keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Ich glaube, es gibt viel, viel mehr, was man aus dem Wörter lernen kann. Ich habe mich jetzt hier auf vier Punkte fokussiert und die reichen auch vollkommen. Also für mich, wir wollen es ja kurz und knackig. Und ja, dann gehen wir mal rein. Was kann man aus Wörter lernen? Und dazu muss ich noch mal kurz was vorher sagen. Wörter ist eine Kunstfigur. Wörter gibt es nicht. Und er ist überzeichnet. Er ist extrem. Und es gibt ja so ein bisschen diese typische Deutschlehrersprache im Abitur, Deutschlehrerfrage. Wie hätte man Wörter retten können? Was hätte passieren müssen, damit Wörter überlebt? Und ich denke mir mal so, das ist totaler Bullshit. Wörter ist extrem. Wörter muss extrem sein. Und er muss scheitern, weil er so ist, wie er ist. Und da kommen wir auch gleich zum ersten Punkt. Und strebt nicht ins Extreme. Ich glaube, das kann man ziemlich gut aus dem Wörter lernen. Sei nicht extrem. Oder positiv bewertet oder positiv ausgesprochen. Halte die Balance. Und ich denke, das kann man in fast allen Lebenslagen oder Sachen für sich definieren. Weil, sei es jetzt nur politisch, strebe nicht wieder nach links, extrem links in den Sozialismus, ob es nun national oder international sozialistisch ist. Du scheiterst, als auch in den Traditionalismus. Also das ist halt zum Scheitern verurteilt, weil es in den Tod mündet. Genug Beispiele gibt es historisch gesehen. Sei es jetzt persönlich, strebe nicht in den Helonismus, dass es dir nur noch um dein Verlangen geht. Damit hast du auch nicht gewonnen. Aber du brauchst auch nicht abstinenzler sein und dir nie etwas gönnen oder nie irgendwie vielleicht Freude empfinden. Dazu sind wir auch nicht gemacht. Religion, strebe nicht in den Kult. Also, dass du nur noch dich von irgendeiner Sekt oder von deinem Glauben beeinflussen lässt. Ich glaube aber auch, dass eine Sinnlosigkeit des Lebens, was ich jetzt als Gegenteil davon sehen würde, auch nicht glücklich macht, die auch eine gewisse Form von Leere gibt. Und Werther strebt ja ins Extreme. Wie gesagt, er ist eine Kunstfigur, er darf das auch. Aber für dich persönlich ist es wahrscheinlich besser zu sagen, halt die Balance. Bleib im Gleichgewicht. Sei in der Homostase. Und ich glaube, das ist fluid. Das kann immer mal, ein bisschen darfst man immer mal in die eine Richtung streben, ein bisschen mal in die andere. Aber wenn du das hast, dann merk es und versuch, dich wieder in deine Balance zu bringen. Wie immer sie auch aussehen mag. Kommen wir zum zweiten Punkt, den ich im Werther sehe. Das ist die Frage, wie gehe ich mit Kummer um? Und da gibt es 5000 Antworten. Ich bin keine Psychologin. Ich sage nur, was ich für mich hier drin sehe. Und wie gesagt, da muss jeder das auch für sich selber finden. Aber ich sage, oder Goethe hat selber gesagt, ich benutze die Leute, die ein bisschen klüger sind als ich, dass er sich seinen Kummer durch diesen Roman weggeschrieben hat. Er hat das damit verarbeitet. Ich glaube, die meisten wissen, dass Goethe auch in einer Dreiecksbeziehung platonischen Ursprungs war und dort auch gelitten hat, dass er nicht die Frau bekommen hat. Oder vielleicht, ja, ich denke, das kann man so sagen. Und das hatte er halt auch den seinen Kritikern als Antwort gegeben. Ich habe mir meinen Kummer durch diesen Roman weggeschrieben. Und so kann man das verarbeiten. Ich denke, es ist gar nicht mal so schlecht, zu sagen, ich möchte oder ich finde eine kreative Lösung für jede Form von Leid. Weil aus Leid kann Kreativität entstehen. Niemand kann wirklich kreativ sein, der nie leidet. Das ist, glaube ich, auch allgemein anerkannt in der Kunst. Oder es muss ja nicht immer nur Kunst sein. Ich finde es auch kreativ, wenn jemand sich einen Schuppen baut, ganz alleine. Da muss man auch kreativ sein. Man muss überlegen, wie man das macht. Oder an seinem Auto schraubt. Oder von mir aus tanzt. Alle Formen von Kreativität sind legitim. Dies geht daher, es geht dabei auch nicht um den Gedanken, dass Schönheit erschaffen werden muss. Ich denke, erst sollte was Neues, Kreatives sein. Und es geht halt auch darum, aktiv zu werden. Nicht passiv, sondern aktiv. Und Kreativität und etwas Neues erschaffen geht mit Aktivität einher. Und ich denke, man muss auch hier jetzt nochmal diesen Sturm und Drang Gedanken, in dem der Werter total verhaftet ist, eines Genius. Also man sagte halt, dass jeder ein Genie in sich hat. Jeder hat eine schöpferische Kraft in sich, die er halt auch ausleben lassen sollte. Und für mich ist halt dieser Genius-Gedanke vielleicht eher in der Kreativität gemündet. Und bei Werter jetzt ist es ja so, Werter hat ja am Anfang schon kreative Tendenzen. Also er malt ja und er schreibt. Er hört aber irgendwann mit dem Zeichnen auf, weil er sagt, ich kann diese Schönheit und meine Gefühle nicht an ein Blatt Papier geben. Und verliert dadurch dieses Ventil zu malen. Irgendwo damit auch umzugehen, das, was er fühlt und was er hat. Und der Kummer. Ich weiß, er malt am meisten Naturbilder, aber man ist ja trotzdem dann da drin in diesem Flow und schafft was Neues. Und er kann das einfach nicht mehr. Er macht es nicht mehr. Er will es nicht mehr. Und verliert dadurch, wie gesagt, auch dieses Ventil. Und ich bin der Meinung, dass er später wahrscheinlich gar nicht mehr die Fähigkeit gehabt hätte, zu malen und zu schreiben. Also man merkt es ja auch, dass er dann eigentlich nur noch mehr so repetiert. Also immer wieder wiederholt und immer so ein bisschen gefangen ist in diesem Wiederholung und nichts Neues schafft. Es ist auch so, dass er in diesen euphorischen Phasen, wo er so sehr, sehr emotional ist, auch weniger Briefe schreibt. Es ist ja wie gesagt ein Briefroman. Und wenn er stabiler ist, schreibt er mehr. Also Werther verliert die Fähigkeit, kreativ zu sein. Es kommt ein Einschub dazu über Kreativität. Und Kreativität ist wirklich ein faszinierendes Thema. Und ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen neurowissenschaftlich analysieren, wäre zu viel gesagt. Aber einen kleinen Input neurowissenschaftlich dazu geben. Und zwar, wenn wir kreativ sind, gibt es so zwei, wahrscheinlich mehr, aber zwei große Netzwerke, die arbeiten. Und das Erste ist es Default Mode Network. Und das ist so ein bisschen vielleicht vorstellbar wie Brainstorming. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel dir die Aufgabe gebe, was kannst du mit einem Stuhl machen oder was fällt dir zum Stuhl ein oder schreib alle Ideen auf zum Thema Stuhl. Dann kannst du sagen, okay, es gibt Holzstühle, es gibt Sessel, es gibt braune Stühle, es gibt rote Stühle. Dann könntest du aber auch sagen, ja, auf dem Stuhl kann man sitzen, man kann stehen, man kann auf dem Stuhl was weiß ich was machen. Bis hin zu extrem kreativen Sachen. Man kann in einer Bar den Stuhl nehmen und sich gegen seinen Angreifer bewähren, indem man den Stuhl auf ihn raufwirft. Das wäre dann schon ziemlich weit und kreativ gedacht. Kreativ ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort, aber es wäre schon ein relativ sehr weiter Gedanke von der Ursprünglichkeit, wo wir alle eigentlich sagen würden, man kann drauf sitzen. Und dieses Brainstorming, alle Ideen zusammen, egal wie crazy sie sind, das ist Default Mode. Und dann gibt es noch das Salience Network. Und das ist eigentlich aus diesen verrückten Sachen Ideen zu katalysieren und zu sagen, okay, das funktioniert. Das ist gut. Daraus könnte man was machen. Das hat Sinn und Verstand. Und während da braucht man dann auch schon wieder so ein bisschen mehr Fokus. Also man muss sich wieder konzentrieren, man muss sich hinterfragen, was ist möglich, was ist sinnvoll auch. Und diese beiden arbeiten immer zusammen. Wenn man jetzt einen kreativen Prozess hat, dann braucht man beide in einer gewissen Form von Balance. Ich glaube, dass Werther der Mausen in diesem Default Mode Network, in diesem Brainstorming, in diesem Überschwinglichen war und das andere Network, das Salience Network, gar nicht mehr funktioniert hat. Also er konnte aus seinen Ideen und aus seinen ganzen Sachen nichts mehr richtig katalysieren und damit war er nicht mehr kreativ. Er hatte nicht mehr die Möglichkeit, wirklich kreativ zu sein. Falls euch das zur Neuronwissenschaft wirklich super interessiert, empfehle ich den Podcast von Jüberman, Jüberman Lab. Ich kriege keinerlei Geld dafür, aber wirklich super. Sein Thema zur Creativity, super toll. Erklärt das viel, viel besser, als ich es jemals könnte. Also wirklich einmal auschecken. Geiles Wort, auschecken. Okay, also was sagt uns das nochmal zusammengefasst und der zweite Punkt, lerne, deine Gefühle anzunehmen und sie kreativ zu verarbeiten. Und dabei brauchst du zwei Dinge. Brainstorming, aber auch Fokussierung. Und wenn du das, egal was für Gefühle du hast, lass sie kreativ schaffen, Neues, sei aktiv, tu etwas. Wie gesagt, wer das und diesem Beispiel wieder unser Anti-Held oder das Negativ-Beispiel. Gut. Gehen wir zum dritten Punkt. Nur noch zwei. Ich habe mir jetzt hier übergeschrieben, werde erwachsen und übernimmt Verantwortung. Schwierige Sache, aber na gut. Für mich ist Werther sehr infantil. Man könnte es vielleicht, ein Psychologe würde sagen, wahrscheinlich narzisstisch gestört. Und dazu gibt es unzählige Beispiele. Ich liste jetzt ein paar auf, dass man sich so ein bisschen vielleicht das vorstellen kann, warum ich sage, er ist infantil oder narzisstisch gestört. Er handelt immer nur aus seinen eigenen Bedürfnissen. Werter ist es egal, was Albert denkt. Werter ist egal, was überhaupt einer von ihm denkt. Kann manchmal befreiend sein, aber ihm sind auch die Konsequenzen egal, die sein Handeln haben. Er küsst Charlotte. Obwohl Albert, glaube ich, sogar dabei war. Sie rennt weg und ist traurig. Und er setzt sie unter Druck. Er bedrängt sie. Und ihm ist egal, was seine Handlungen für Konsequenzen haben. Sie sagt ihm, bitte komm jetzt nicht mehr in den nächsten vier Tagen. Er kommt trotzdem. Es ist ihm egal. Dieses nur Fokussierung auf den eigenen Bedürfnissen, was bei Kindern total okay ist. Kinder müssen ihre eigenen Bedürfnisse über alles stellen, weil sie überleben müssen. Sie sind ja davon abhängig, dass wir ihre Bedürfnisse stöhnen, weil sie sonst nicht überleben würden. Aber als Erwachsenen, Mensch ist es halt narzisstisch. Es ist infantil. Und ihm, er unterliegt extrem Stimmungsschwankungen. Das ist ja ein bisschen von, wie heißt das im Deutschen? Vom Regen in die Traufe? Nein, das ist, glaube ich, falsch. Ich komme nicht drauf. Witzschreibt es mir. Es gibt im Deutschen so ein richtig schönes Wort, so ein Wortspiel, wo man so von himmelhoch jauchzens zu Tode betrübt. Ich glaube, das ist das Richtige. Das ist Werther. Es geht immer. Es gibt keine Balance. Es gibt hoch, runter, hoch, runter. Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, das ist nicht gut, aber es ist auch ein Punkt für seine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Er fühlt sich von Lotte angezogen am Anfang, weil sie eine Mutterrolle für ihn hat. Warum und wieso? Wir kennen jetzt nicht Werther's Geschichte als Kind. Aber es ist ja diese berühmte Szene, wo sie das Brot für ihre acht Geschwister schneidet. Und er fühlt sich da ja von so angezogen. Das zeigt ja auch, dass er noch sehr in der Kindheit verhaftet ist. Er fühlt sich von dieser Mutterfigur der Charlotte oder der Lotte angezogen. Er idealisiert natürlich auch in dem Moment. Er idealisiert alles und jen und es ist überhaupt keine Rationalität möglich. Er kann nicht rational denken, oh ja, das ist vielleicht nicht so gut. Oder ja, jetzt übertreibe ich mal. Ich gehe mal wieder ein bisschen runter von meinen Gefühlen, sondern komme ja wieder ein bisschen mehr in die Rationalität anstatt in die Irrationalität, in die Idealisierung von allem und jen. Manchmal ist er total antriebsschwach. Manchmal ist er natürlich auch so total rastlos. Er muss raus. Er muss in die Natur. In Gottes willen, ich will jetzt nicht sagen, geht nicht in die Natur. Also keineswegs. Aber er ist halt so dieses Antriebsschwache und gleichzeitig Rastlose, so nicht wirklich sinnbehaftet mit sich selber was anfangen könnt. Und ich denke, dass, wenn man das zusammenfasst, dann hat wer da eine Lehre in sich? Warum, wieso, weshalb, erfahren wir nicht. Es ist, wie gesagt, nur eine Figur. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er halt irgendwie in seiner Entwicklung irgendwas war als Kind, dass ihn diese Lehre gebraucht hat. Und er versucht, diese Lehre zu füllen. Er versucht, sie mit extremen Gefühlen zu füllen. Mit extremen Sachen von außen. Anstatt an sich selbst zu arbeiten. Und diese Spirale der Lehre und dieses Füllen, die geht immer mehr ab. Und sie endet halt im Suizid, wo er dann den größtmöglichen Akt hat, um diese Lehre zu füllen. Und für die heutige Zeit ist dann die Frage, haben wir auch diese Lehre in uns? Auf persönlicher, auf gesellschaftlicher Ebene. Und mit was füllen wir diese Sachen? Füllen wir sie hauptsächlich mit externen Dingen, Social Media, Konsum, was weiß ich was, hedonistischen Sachen, Sex. Und füllen wir es nicht mit internen Dingen, die aus uns kommen, Sinnsachen. Vielleicht jetzt wieder auch den Punkt Kreativität angehabt. Und vielleicht kannst du dich ja selber mal fragen, findest du dich vielleicht in diesen, nicht, dass du ein Narzisst bist, um Gottes Willen, aber findet man sich manchmal in diesen extremen Sachen von Werther wieder? Ich glaube, das geht uns allen fast manchmal so. Und mit was füllst du denn Lehre? Und wie fühlt es sich an, diese Lehre zu füllen? Und gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, sie anders zu füllen? Mit Verantwortung übernehmen? Und diese Verantwortung muss nicht groß sein. Es kann auch die Verantwortung zu sagen, okay, ich mache mein Bett am Morgen. Ich mache mein Zimmer aufräumen. Ich nehme Verantwortung für meinen Körper. Ich übernehme Verantwortung für meinen Körper, indem ich ihm gute Sachen zu führe. Indem ich mit ihm, das klingt so wie, als wäre es ein Hund, indem ich ihn ausführe, indem ich ihm vielleicht Dinge zum Nachdenken gebe und ihn nicht mit dem neuesten TikTok-Video quäle. Naja, nicht quäle. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und ich denke, das ist auch wirklich wichtig, in diesem Zusammenhang auch zu denken, wenn du jetzt große Ansprüche hast und sagst, oh ja, man muss die Welt retten vor, was weiß ich was. Wenn du selber leer bist und keine Ordnung und Chaos um dich herrscht, dann kannst du niemanden anderen retten. Du kannst die Welt nicht retten, wenn du selber leer und kaputt bist. Ja. Und ich denke, Werther gibt uns einen Anhaltspunkt, was Leere mit einem machen kann. Was man vielleicht stattdessen für macht. Sinn, Verantwortung und ich würde es unter dem Schlagwort sehen, erwachsen werden. So schmerzhaft es auch ist und so schön die Kindheit auch ist, ist es unsere Aufgabe, erwachsen zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Für uns selbst zuerst und dann vielleicht für andere. Jo. Große Worte von einem kleinen Menschen. Ja. Im letzten Punkt unserer Werther Analyse. Na, jetzt habe ich doch das Wort Analyse benutzt. Ich wollte das gar nicht Analyse nennen. In meinen Gedanken zu Werther. Klingt besser. Würde ich Ihnen jetzt auch mal was Gutes tun. Ich habe jetzt Werther so fertig gemacht. Ach Gott. Armer Junge. Werthers Gedanke von Freiheit ist vielleicht inspirierend. Ich denke, dass Freiheit ein sehr, sehr wichtiges Wort ist. Für uns alle. Für einen persönlich. Für Gesellschaften. Für jede Zeit historisch, die wir betrachten können. Und wer das Freiheitsgedanke ist. Extrem. Für die damaligen Zeiten. Vielleicht sogar für unsere Zeiten. Und da wir ja darum reden, was können wir von Werther lernen, müssen wir es ja auch in unsere Zeit einmal reinbringen. Und Werther denkt außerhalb von Hierarchien. Wir hatten eben schon den Genius-Gedanken des Genies. Wenn jeder von uns ein Genie ist und schöpferisch Kraft hat, dann hat auch keiner die Befugnis über einen anderen was zu sagen, zu beherrschen oder sich zu erheben. Die Sache ist die, wenn du selber ein Genie bist, dann brauchst du keine Experten, keine Politiker, keine Sonstigen, die für dich entscheiden, was für dich am besten ist. Du kannst dir selber deine Meinung bilden und du kannst auch, hast halt auch die Freiheit, diese Meinung zu sagen. mit 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 den Konsequenzen, die vielleicht daraus kommen. Werther wurde dann oder ich glaube, Werther hat selber gekündigt seinen Job und hatte ja dann Existenz vielleicht Ängste. Nicht vielleicht, er hatte Existenz Ängste. Das heißt, Freiheit geht mit Verantwortung einher. Aber es ist trotzdem auch irgendwo eine Pflicht zu sagen, okay, wenn ich diesen Genius in mir habe, ich habe dieses wundervolle Gehirn oder diese wundervolle Seele, wie immer du es bezeichnen möchtest, mir meine Meinung zu bilden, mit welchen Mitteln auch immer, lesen, YouTube, Podcast, was weiß ich, wo du sagst, okay, das ist meine Meinung, dann brauchst du dich davor nicht zu verstecken, diese Meinung zu äußern. Es gibt keine Hierarchien. Wir sind alle gleich. Wir haben alle den gleichen Genius in uns. Unterschiedlich ausgeprägt. Und du darfst das auch, diese Freiheit haben. Du darfst frei sein und du darfst auch deine Meinung äußern. Ja, ich denke, das war nochmal ein sehr positiver Abschluss zu unserem Werther. So, das war der Werther, was man aus Werther lernen konnte oder was man von Werther lernen konnte. Könnte, vielleicht. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich habe meine erste Folge geschafft. Juhu. Ja, in der nächsten Folge, ein kleiner Ausblick, wird es entweder um Da-Tan-Yong gehen oder um Bilbo Beutlin. Also, was kann ich lernen von Da-Tan-Yong oder was kann ich lernen von Bilbo Beutlin. Lass dich überraschen und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Gute dir. Dies war Was kann ich lernen von Vielen Dank, dass du zugehört hast. Für Kritiken, Bemerkungen oder Fragen, melde dich doch einfach per Mail oder bei meinen Social Media Accounts. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, hab eine wunderschöne Zeit, wo immer du auch bist und was immer du auch tust. Und um es mit Theodor Fontane zu sagen, Abschiedsworte müssen kurz sein, wie eine Liebeserklärung. Bis dann.